so und es geht wieder los ihr seht hat sich etwas verändert ich habe jetzt hier raus ein aura gemacht wenn ich einfach mehr dmg mach und es alles bisschen beschleunigen kann und es dann besser zum farmen ist und ich farm einfach alles auch hier 15 habe ich genauso auch als besen et cetera et cetera trocken und da bin ich überhaupt nicht wählerisch ich schaue einfach durch und dann mache ich ein paar von denen eigentlich fbs und die verkaufte auf dem marktplatz und es geht ganz gut und jo ich habe mir zu überlegt dass ich in jeder neben let's play so ein thema des themen geben und jo diesmal habe ich mir auch was überlegt nämlich was ihr von dsds dschungel camp bachelor die ganzen sachen haltet also und ehrlich ich finde es teilweise schon lustig zum beispiel dschungel camp oder so wie sich die da anstellen und so ganz ehrlich und ja durch krabbeln müssen sich irgendwelche rohre mit spinnen und so und die weigern sich da so extrem also ich finde schon irgendwie belustigend ich musste ja nicht selbst ich muss ja da nicht selbst durchlaufen und von daher ja es ist mir eigentlich relativ rain und ich finde es einfach ein bisschen lustig was die daraus machen und wie die das machen und so und deswegen jo habe ich jetzt nichts gegen also finde ich ganz okay eigentlich aber was mich ein bisschen aufregt ist das natürlich alles immer so extrem gescriptet ist bei rtl da kann man nicht sagen okay das ist jetzt wirklich so oder dann nehmen wir mitten im leben okay nehmen wir die ganzen reality soaps oder keine ahnung wie die jetzt richtig heißen ich glaube es zumindest reality soaps und ja das ist einfach nur verarsche verarsche und normal verarsche das kann man einfach total vergessen das ganze wir gucken ob da hinten noch irgendwo 25 er ist das war gut sein auf jeden fall und warum ganz ehrlich und es ist dann auf so einem billigen niveau da kriegt man echtes kotzen ich hab irgendwann müsste ich auch noch die ähm wie heißt die v ed silber armband sap quest kriegen ich glaube ich sterbe jetzt hier mal und und jeder mal an die stadt holen mir die sap quest macht die sap quest die ist ganz gut ist auch wichtig ja auf jeden fall und das ist der nächste punkt der mich schon da aufregt an rtl zum beispiel mitten im leben also die haben vielleicht drei vier verschiedene kategorien und in die ist alles unterteilt also zum beispiel das ist so einmal ähm ja zum beispiel einmal irgendwie irgendwie keine ahnung irgendwer wird mobbt gehänselt irgendwas auf arbeit keine ahnung und durch irgendeinen fiesen kollegen oder so und verhindert sich alles zum guten und alles wird wieder gut und ja genau das ist die quest ich meine und ja wenn sich alles zum guten gewendet hat ja wenn sich alles zum guten gewendet hat ja wenn sich alles zum guten gewendet hat dann ist es natürlich auch wieder langweilig und es ist immer dasselbe ende immer also keine ahnung und irgendwo jetzt ist ein einfach nur noch an dieses ding mal aktivieren einmal aktivieren wie es funktioniert dann komme ich jetzt typisch mal so ein stein ne das mache ich mit zwei da aktiviere ich so eins ja mehr dies dies also ich finde es schon lustig ab und zu aber in gewissem maße man sollte es auch nicht übertreiben also zu lustig ist es auch nicht was mich immer wieder erstaunt zu welchen günstigen preisen hier items verkauft werden ne äh nicht verkauft also früher ich denke mal ich habe gar keinen überblick mehr über die preise keine ahnung was was wert ist und mal hoffentlich klappt es mit dem sap das appen werde ich nicht filmen aus aber glaube werde ich es nicht machen brauche ich mi mi mung mi mi ja mi jung ist mutloser die zählen nicht mutlos mutlos mi jung jetzt sehe ich die lebensanzeige nicht so die quest ist erfolgreich gewesen ich schaue nur noch kurz nach einem 25er stein ob zufällig einer da ist sind jetzt hier manchmal auch in der region aber ja ich bin ja echt raus aus diesen ganzen farmen und machen und gar nicht mehr drin hier vor meiner nase ich gehe aber jetzt mit 2 und hole mir dann dort mein sap ab und dann gehe ich schön farmen also ich guck mal kurz also ich gehe im Vielen Dank.